Voran, Junge! Eichen, Eichen! Fabio in die Expe! Icona, Icona! Moin Meister, Alter! Yo, Freunde! Und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, und heute gibt es natürlich endlich mal wieder ein FC-Video. Ja, wir machen heute wieder einen FC-Winter-News-Talk. Ich schalte euch auf dem Laufenden, was so in den letzten Tagen alles passiert ist. Und das war wirklich einiges. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch noch mehr erzählen können, als das, was ich jetzt erzähle. Aber ich denke, die Dinge, die ich jetzt erzähle, sind momentan eigentlich schon so die interessantesten. Ja, und ich würde sagen, Freunde, ich hoffe, dass dieses Winter-News-Video euch wieder gefällt. Und wir starten mit Punkt Nummer 1. Und das ist, der FC hat eine Verpflichtung für den Sommer. Und diese Verpflichtung ist voraussichtlich erstmal für den Herrn Rutenbeck gedacht. Allerdings würde ich sie trotzdem erwähnen, weil es ein Perspektivspieler ist, der eventuell vielleicht irgendwann einen Sprung schaffen könnte. Und zwar ist es Ada Sühne. Der 16-Jährige wechselt von der U17 von Bayern 04 Leverkusen zum FC. Im Sommer, da sein Vertrag bei Bayern endet. Ja, ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Kapitän der U17-Mannschaft von Bayern. Hat in der U17-Bundesliga West in sechs Spielen drei Tore erzielt. Und ist ein Spieler, der kreativ ist und vor allem in dem Alter schon sehr bereit dazu ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, ja, dass der Herr Rutenbeck sich da wirklich auf einen sehr talentierten Jungen freuen kann und wird. Und das ist irgendwie ein bisschen mit Schmunzeln zu verbinden, dass es auch andersrum geht, dass auch wir mal von da jemanden abwerben können. Ja, Freunde, ich denke, das ist keine schlechte Verpflichtung. Einer, der in der U17-Bulli West schon gezeigt hat, was er kann, der wird Stefan Rutenbeck auf jeden Fall auch weiterhelfen können in seinem Team und vielleicht in Zukunft den ein oder anderen Schritt nach vorne machen. Ja, wird auf jeden Fall mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgerüstet bis 2025 und das ist auch wohl laut Regelwerk die längste Laufzeit, die du einem minderjährigen Spieler geben kannst. Ja, sind wir gespannt, was Adar Sühne beim FC so machen wird. Ich denke, es ist ein sinnvoller und spannender Transfer und ja, mit Transfers geht es jetzt weiter. Mit der Nummer 2, der FC, wahrscheinlich, wenn ihr das Video am Dienstag seht, ist es wahrscheinlich schon perfekt. Trotz allem muss ich noch im Vorwechsel sprechen, weil es noch nicht fix ist zum Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt aufnehme. Bright Ari Embi, locker falsch ausgesprochen, vom FC Bayern München 2 steht vor einem Wechsel zum FC. Am heutigen Montag, wo ich das Video aufnehme, soll der Medizin-Check erfolgen und der Transfer perfekt gemacht werden. Das Transferfenster geht ja nur noch bis 18 Uhr am Montag. Ja, und er soll als vierter Innenverteidiger oder Nummer 4 zum FC kommen. Es soll wohl eine Laie über anderthalb Jahre bis 2023 sein und ja, der Junge hat trotz seines jungen Alters auf jeden Fall schon echt einiges erfahren. Also er durfte schon unter Hansi Flick Champions League spielen gegen Atletico Madrid über 61 Minuten und ja, er ist ein Dauerbrenner in der zweiten Mannschaft vom FC Bayern hat da in sage und schreibe 23 Spielen sogar zweimal getroffen. was wirklich echt muss man sagen nicht schlecht ist. Es soll wohl keine Kaufoption geben, was ich ein bisschen schade finde, weil dann hätte man vielleicht doch eher überlegen sollen, vielleicht doch diesen Geipel von Wien zu verpflichten, aber gut, der FC wird sich schon was dabei denken, er zeichnet sich in jedem Fall durch extreme Schnelligkeit und Füßes aus und ja, ich denke die Statur und Größe von ihm zeigt auch, dass er das alles mitbringt. Auch ein sehr, sehr spannender Spieler, ich bin gespannt, ob er denn in unserer Profimannschaft auch zu Einsatzzeiten kommt oder ob er halt wirklich nur als Backup gilt und dann eventuell in der U21 zum Einsatz kommt, man weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ari M.B., ich muss da mal lesen, ist ein guter Mann, ich glaube, dass er ja, uns weiterhelfen kann und es ist vor allem wichtig, dass wir jetzt auch wieder Breite dann haben auf der Innenverteidiger Position, falls schlechte Form, Verletzung oder Sperre bei Kilian Hübers oder Chabot passiert, was wir natürlich nicht hoffen. Ja, Freunde, dann kommen wir zu Punkt Nummer 3 und den finde ich persönlich geisteskrank interessant. Der FC soll angeblich Interesse an Sem Stein haben von Ado Den Haag. Ja, der Mittelfeldspieler ja, ist echt dieses Jahr komplett explodiert bei Den Haag. Natürlich ist es zweite ordentliche Liga, da muss man jetzt natürlich sagen, ja, ist auch das Niveau da so hoch, ja, trotz allem sieht man ja, wenn ein Spieler technische Fähigkeiten hat und wenn ein Spieler torgefährlich ist und er ist einfach absolut torgefährlich, er kann als Achter oder als Zehner spielen und hat in 23 Spielen hat der Mann zwölf Tore und zwei Vorlagen gemacht, also, boah, Respekt auf jeden Fall und, ja, er ist im Sommer ablösefrei, Vertrag läuft aus, er hat zwar noch eine Option auf ein weiteres Jahr, unter anderem soll der AZ Alkmaar und Twente Enskede auch noch an ihm interessiert sein, ich halte es auf jeden Fall für einen sehr sinnvollen Transfer, weil ich glaube, dass der Spieler nicht nur, weil er halt noch jung ist, sondern auch, weil er halt diese offensive Gefährlichkeit hat, eine richtig gute Verstärkung für uns sein kann, weil ich doch, äh, manchmal bei uns im Mittelfeld ein bisschen mehr die Torgefahr vermisse, ähm, weil vor allen Dingen ein torgefährlicher Mittelfeldspieler uns ja wahrscheinlich dann in Zukunft verlassen wird, ähm, aber da kommen wir jetzt gleich in Punkt 4 zu, ich halte ihn auf jeden Fall für einen sehr interessanten Spieler und hoffe, dass der FC da zuschlägt, weil, ähm, ja, wir auch wahrscheinlich jetzt im kommenden Sommer wieder sehr auf ablösefreie Transfers setzen müssen. Ja, Freunde, wir kommen auf jeden Fall zum letzten Punkt, zu Punkt Nummer 4, habt ihr wahrscheinlich auch alle schon gehört, nur ich möchte es hier nochmal sagen und auch meine Meinung dazu kundtun, ähm, ja, Sommerabgänge, Andersson und Elje Skiri sollen dann wohl wahrscheinlich so wie man hört im Sommer verkauft werden, ähm, ja, und es macht halt in meinen Augen leider beides Sinn, also ich würde mir bei Skiri persönlich natürlich wünschen, dass er bleibt, weil er unser bester Mittelfeldspieler ist, auch wenn er jetzt in letzter Zeit oft nicht an Bord war und ein Özcan Ljubicic oder wer auch immer da gespielt hat, es auch wirklich gut gemacht hat, trotz allem wissen wir alle um die Fähigkeiten von Skiri, er ist ein Laufwunder, er ist auch torgefährlich, er ist gefühlt überall und, ähm, ist einfach ein richtig geiler Kicker, aber da er nur noch bis 23 Vertrag hat, haben wir im kommenden Sommer das letzte Mal die Möglichkeit für ihn eine gute Ablöse zu generieren, ähm, er konnte jetzt beim Afrika Cup ein bisschen spielen, er ist jetzt im Viertelfinale ausgeschieden mit Tunesien, ich hoffe, da hat er sich vielleicht bei dem einen oder anderen Klub schon mal ein bisschen noch ins Schaufenster gespielt, dass wir den Preis ein bisschen höher schrauben können, aber wie gesagt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass er bleibt, weil wir um seine Qualitäten wissen, glaube ich, dass Skiri im Sommer gehen wird, aber hoffentlich für eine Ablose 15 Millionen Euro plus, trotz Corona, aber hoffen und träumen kann man ja, das zu Skiri, zu Andersson, Freunde, haben wir die letzten Wochen sehr, 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 sehr viel drüber geredet, ja, Andersson wirkt für mich persönlich immer noch, um es auch noch mal zu sagen, immer noch wie ein Fremdkörper, er haut sich zwar öfters in die Bälle rein, hat auch manchmal Szenen, wo man sich denkt, okay, der versucht alles und so, aber, ja, irgendwie fehlt mir da einfach so die letzten Prozente, um zu sagen, der Mann ist richtig beim FC angekommen, der Mann, der will es auch und ich glaube, er hat auch ein stattliches Gehalt und wenn man dann ihn und Skiri abgibt, hat man wieder sehr, sehr viel Geld eingespart, was man dann vielleicht irgendwo an anderer Stelle dann auch wieder ausgeben kann und, ja, Freunde, das muss man halt auch einfach mal alles so auf dem Schirm halten und deshalb glaube ich, wird der FC sich im Sommer von beiden trennen und das werden wahrscheinlich dann auch nicht die Einzesten sein. Ich bin mal gespannt, ob wir da im Sommer wirklich einen Umbruch machen, wie das Ganze dann aussehen wird ja, Freunde, das waren auf jeden Fall die FC Winter News vier Punkte, die ich persönlich alle sehr interessant fand, wie gesagt, ich hätte auch noch mehr reinnehmen können, aber das ist es jetzt erstmal soweit, ja, ich kann in dem Video hier nochmal ein bisschen spoilern, am Donnerstag wird dann mein Best-of vom Team-of-the-Year-Pack-Opening von FIFA rauskommen und am Samstag um 12 Uhr dann der Match der Talk vor unserem Spiel gegen Freiburg und am Sonntag dann direkt hinterher die Reaction auf das Spiel. Ja, Freunde, ich hoffe, dieses Video heute hat euch gefallen, ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr neu seid und seid bei meinen nächsten Videos, was auch immer ich mache, wieder am Start, euer Fabius raus, Freunde, haut da rein und ciao. Feierless 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 Feierless